Hallo Leute, ich bin Spell to Intel 115 und jetzt habe ich mal wieder 3 Neuzugänge für meine Resident Evil Sammlung, hat mir für die Wii noch gefehlt und dann das geilste noch original verpackt. So, da haben wir einmal Resident Evil Achilles, die Wii, die Wii ist auch schon immer Wii U, original verschweißt, ist auch die Uncut Edition, die englische, seht ihr, 100% Uncut, das Beste ist, dass alles komplett verschweißt ist, sehr viel Wert lege ich da drauf. So, nun mal Resident Evil Zero, original verschweißt, so, und Resident Evil Umbrella Chronicles, alle 3, ja, normalerweise hätten wir jetzt hier noch 3 gelegen, ja, hätten sie mir das nicht aus dem Briefkasten gezogen, ja, ihr hört richtig Leute, mir haben sie 3 Spiele aus dem Briefkasten gezogen, seitdem wird es anders laufen. Ja Leute, das war wieder Bad Angelo 15 mit so einem ganz kleinen Pickup, was ich jetzt wieder geholt habe, wir sehen uns beim nächsten Mal, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.